herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge von horizon zero down und hiermit machen wir weiter wir sollten ja begib dich zur spitze des ausblicks da müssen wir hin da werden wir jetzt auch hinreisen nebenbei werden wir noch ein paar andere sachen machen ein bisschen kämpfen und sowas da sehen wir auch schon das war schön was machen können so langsam war ich auf dem bogen raus schrottmaschine Ah, den Bogen hab ich so langsam raus mit... Schießen... Was? Ich hätte zwar gerne gesehen, was das war, aber... Egal, bevor wir Verletzungen abgekommen, lieber Sauber. Alles was wir finden, das versuchen wir einzusammeln. Jagen sie mich. Das ist ein Dreckiges Kerl. Das wird mir noch weiterhelfen. Kaum noch Heilung. Aber das ist mal gut abgesackt hier. Abkassiert. Jetzt laufe ich mal weiter. Ab und zu werde ich mal auf mein Handy gucken, weil mein lieber Cousin schreibt mir auch mal. Der Krieger fährt durch die Felsen ist in der Nähe. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Letztes Mal noch nicht. Ich glaub ich müsste mich so ein bisschen sputen. Wo müssen wir hin? Ach da. Grata mag fromm sein, aber es braucht starke Arme um schnell zum Ausblick zu gelangen. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Ach da. Zumindest nicht solche leichten, gezeigten Wege. Nach oben. Los, komm. Weg, weg, weg. Ah. Mist. Da müssen wir hin. Das war natürlich sehr schlau. Wie haben Sie da draußen? Außerhalb des Weckens? Es kann nicht nur eine Maschine sein. Falsch. Ja. Verhalten. Die Perlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Ähm. Joa. So, wieder runter. Nur wegen der Perlenklette mal hoch. Was für ein Blödsinn. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Naja. Das ist nicht so schlimm. Und jetzt... Aber gut. Das ist nicht so schlimm. Wo ist sie jetzt? Zerstört. So, wieder Sachen einsammeln. Ja, ja, wir sind die Sammler. Sammeln, sammeln, sammeln. Was war das? Ach, egal. Ah, ist voll. Okay. Gucken wir doch glatt mal. Dafür. Das machen wir doch mal. Angriff. Auf 10 Schaden, Abriss, Handarung. Feuer, Schaden, Schock. Das ist doch besser. Kann man die wegschmeißen? Wirksame Fallen für Angriffe aus dem Hinterhalt. Schockfalle, deponierende Sprengfalle. Ja, hört sich irgendwie alles gut an. Machen wir das. Und nochmal. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und dann haben wir es wohl. Drei Lohnfilme. Drei Lohnfilme. Egal. Hier. Weiß ich noch nicht. Lassen wir noch. Tränke. Feuerwiderstand. Schockwiderstand. Widerstand. Eiswiderstand. Gegengift. Können wir machen. Machen wir auch mal. Solange wir alles haben. Machen wir es. Trag. Kapazität. Waffenbeutel. Waffenbeutel. Waffenbeutel ist immer gut. Mir fehlen Rohstoffe. Rohstoffbeutel Upgrade. Ja. Mir fehlen so einige Sachen. Munition. Hängerfeuer werden wir immer mal gebrauchen. Also Inventar. Waffen. Ein verdammter Speer. Ein Outfit. Gewöhnlich kann man nicht verbessern. modifikationen entfernen entfernen das überlege ich mir noch entfernen 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 hochstoffe ja lassen wir noch so schatzkisten spezial objekte ah munition feuer und rinkel ach ich bin immer so faul um alles durchzulegen das sieht so aus ja wenn ich jetzt wüsste wo man noch was verschärbeln könnte also verkaufen wäre es ja echt super ich mag es zu jagen mich offen und ehrlich zu ich mag es einfach ich will auch gerne in echt jagen nur von dir lasse ich mich nicht aufhalten fehlt mir das geld dafür dafür braucht man extra mal werfen schein und jagd schein zu mit mit Verdammten Maschinen gibt's denn? Ist doch nicht wahr. Na, na, bleibst du hier? Jawoll. Verwischt. Hallo? Ach, alles mit dem. Auch hier, Fleisch. Und eine hiervon. Und eine davon. Eine links, eine rechts und... Ach, das hast du davon. Ah, die folgen weiter mal dem Weg. Wenn wir noch eine Maschine sehen, wie hier, dann... Gehen wir aus dem Meer und... Ah, ich kann es nicht schaffen. Hehehe. Eine Lohe. Eine Lohe. Weiter geht's. Ein Fuchs. Na. Das letzte Tageslicht. Ich muss wachsam sein. Wie jetzt? Will es dunkel? Hallo? Wenn ich mir auch nur vorstelle, dass ich Arana verloren hätte. Danke, Aloy. No problem. Dafür seid ihr hier Arschgeil. Wir sammeln wieder alles ein. Wer weiß, wofür es später gut ist. Ah. Scheiß auf den Fuchs. Gibt's noch mehr von. Wir laufen und laufen und laufen. Und laufen weiter. Das brauche ich vielleicht noch. Aber es könnte gut sein. Oh, ich werde entdeckt. Ah, Metallscher. Mal schauen, was die Ältere von uns will. Da ist Grata. Allein mit der Urmutter. Wie sie es nicht... Hier sind deine Gebetsperlen, Grata. Jetzt hast du, was du brauchst. Urmutter. Jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude. Auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sie, ich weine mit dir. Aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter. Ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn dir Probung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit deinem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Lieb wohl, Grata. Vorerst. Mach's gut. Urmutter. Höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abziehen. Stirb. Lass mich die... So, Quest. Aktiv ist die Spitze des Speers. Triff Rost am Rotor. Nein, das wollen wir noch nicht. Ähm... Stolperdrahtfalle. 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 alles wunderbar wir haben ja gesagt wir machen erstmal alles was auf 1 ist verbinde beim ziel r3 um die zeit zu verlangsamen kritischer treffer drücke 1 um für einen angriff der gegner im burschark beschädigt in winter modifikation feuer schutz rohstoffe fuchs knochen was soll man damit sind die maschine wo sind die maschine ich könnte drängen ist klar mit tauchen mal geschlagen von maschinen und von so einem kleinen rutscher da sagt sie ouch da stimmt ja wohl was nicht speichern wollen wir doch nicht sie so schön muss so ja 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 Was ist das? 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 Rippen... Was ist das? 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 Das ist das? Was 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 ist das?